Als Jesus an den See kommt, zieht er Fische dort am Strand. Simon und Andreas mit Netzen in der Hand, die werfen sie zum Fang aus, wie sie es immer tun. Da ruft er beide zu sich und sagt zu ihnen nun, kommt und folgt mir nach, lasst alles andere stehen, folgt mir auf meinem Weg, mit euch will ich hingehen. Ich lade alle Menschen ein in Gottes Reich, ihr sollt mir dabei helfen, ich brauche euch. Jetzt gehen sie zu dritt am See, gehen Isarret entlang, wieder sind dort Fischer, beschäftigt mit dem Fang. Jakobus und Johannes, sie sitzen schon im Kahn, auch diese redet Jesus auf gleiche Weise an. Kommt und folgt mir nach, lasst alles andere stehen, folgt mir auf meinem Weg, mit euch will ich hingehen. Ich lade alle Menschen ein in Gottes Reich, ihr sollt mir dabei helfen, ich brauche euch. Ihr ganzes Leben wandelt sich in diesem Augenblick, alles was sie haben, das lassen sie zurück. Und werde nun zu jüngern, so geht es immer fort, denn Jesus ruft noch viele zu sich mit diesem Wort. Kommt und folgt mir nach, lasst alles andere stehen, folgt mir auf meinem Weg, mit euch will ich hingehen. Ich lade alle Menschen ein in Gottes Reich, ihr sollt mir dabei helfen, ich brauche euch.